Heute ist mein zweiter Surftag. Ich bin hier in Peremperth und habe hier eine Surfschool gebucht, also Unterricht, mit Ticket to Ride. Und meine Surflehrerin Rachel macht das wirklich gut. Wir sind hier mit einer kleinen Gruppe unterwegs. Die anderen beiden stehen da vorne auch schon. Ja, und gleich geht's raus. Die Wellen sind heute besser als gestern. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und das wird sicherlich eine gute Herausforderung sein, aber es wird hoffentlich auch noch mehr Spaß machen als gestern. Sonne scheint. Da ist sie. Und gleich geht's los. Als erstes erlernt man eine gescheite Paddeltechnik, um genügend Schwung zu bekommen. Denn den Schwung braucht man, um überhaupt eine Welle erwischen zu können. Denn nicht jeder hat seinen Papa dabei, der ihn anschiebt. Und nach geduldigem im Wasser liegen und Paddeln üben, schafft man es vielleicht irgendwann auch mal, eine Welle zu erwischen und das erste Mal aufzustehen. Und dann heißt es wie so oft, üben, 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 üben. Das Ganze ist wahnsinnig anstrengend, macht aber einen Riesenspaß, vor allem wenn man es das erste Mal geschafft hat, auf dem Brett zu stehen. Und dann sind daher wieder diese traumhaften Sonnenuntergänge, die das Ganze noch mal schöner machen. Das Ganze ist wahnsinnig anstrengend. Das Ganze ist wahnsinnig anstrengend. Untertitelung des ZDF, 2020